so ein wunderschönen guten morgen aus hamburg mein name ist carlos martin siehren und sie live aus dem traders club trading und wir bereiten uns auf unseren morgendlichen tax trade vor wir haben heute morgen schon eine trading range von sage und schreibe 57 punkte also wohl das stimmt big number meine damen und herren geht jetzt rein das bedeutet erste trade für den 22 februar 21 ist long bei 13.907 short bei 13.892 und wir blicken jetzt mal auf die großen charts wir fangen an bei gold also old economy wir haben zwei sonnen hier 12 wir kennen ja kopf schulter schulter also 1792 das ist die alte welt und jetzt geht es in die neue welt 56.000 dollar bitcoin ja wahnsinn oder also 56.000 330 aktuell der bitcoin und ja die reise geht dort weiter nächster markt den wir da betrachten um da die frage ob meine kinder das immer noch haben oder ob ich noch bitcoin halte ja hätte ich den persönlich also nicht als als unterstützung für meine kinder wo ich gesagt habe letztes jahr ich kaufe die drei für meine drei kinder bitcoin dann werde ich hätte ich wahrscheinlich schon längst als trader das ding geschmissen und dann wäre ich und das ist wieder mal interessant zu sehen dann wäre ich nicht bei dieser rallye dabei aber mein mein erstes kind bekommt es dann mit 18 josephine wird jetzt dieses jahr im mai 17 also nächstes jahr dann kriegt sie den stick und hoffe nicht dass ich den verliere oder irgendwo anders platziere und nicht wieder finde wie einige leute die jetzt multi multi multimillionäre sind durch bitcoin die den mit paar euros gekauft haben also 59 66 kommt wieder ein stückchen zurück der dax 13.900 01 auch hier denke ich mir wenn wir anfangen in der technologie börse bisschen luft zu holen dass wir auch hier nochmal ein stückchen tiefer laufen könnten nochmal zur erinnerung technologie börse nasdaq heute das erste shot setup wenn es heute abend so bleibt s&p 500 ist noch nicht da brauchen wir noch ein bisschen druck insofern sieht das ganze sehr spannend aus für die woche und die zahlen sind ja raus und wir sind direkt auch schon hier im ersten trade big number trade sind wir long die blue boxen am freitag und da war ja wir hatten ja webinar und am freitag hat wir ja schon erwähnt meine damen und herren kleiner verfallstag immer wieder mit vorsicht zu genießen und erst am nachmittag glaube ich sind die märkte so richtig losgelaufen ansonsten war am vormittag relativ dünn die ganze geschichte also 13.907 sind wir long der erste trade die gegenorder wird jetzt multipliziert mit dem dreifachen faktor bei 13.892 wir können bis zehn versuche jetzt hier in diesen swiss box trading machen das heißt zehnmal kann der markt rauf und runter mit uns spielen wenn der markt noch mal dreht nach unten das heißt in den zweiten trade ist versuchen wir etwas mehr mitzunehmen als wir geplant haben und ja und noch mal als regelwerk sollte man nicht zu häufig am vormittag treten die gleiche denn die wird irgendwann ausgelutscht sein und die blue boxen erscheinen automatisch im chart wenn der markt in einer ausgeglichenen situation ist und wir sehen jetzt 26 50 die blue box also wenn diese blau wird können wir diese auch noch zusätzlich treten jetzt natürlich die frage an alle was ist carlos mit den vola boxen wo kommt die rein kannst du mir das mal sagen und das machen wir natürlich selbstverständlich wir kommen rein bei den vola boxen bei 13.885 wenn das die tendenz ist 13.885 kann man sich hier schon einzeichnen oben mit dem metatrader und schon mal wenn man lust hat die order vorbereiten es ist wie bei den lottozahlen ohne gewehr könnte sich noch mal verschieben aber als richtwert 85 ist es gut und dann 85 long und 70 ja dann dementsprechend 15 punkte short das wäre die die box hier zwischen den 61er retracement ok wir stehen kurz vor den landeanflug kurz vor den landeanflug unser gewinn ziel liegt bei der blauen linie bei 13 9 18 für den ersten trade warum sage ich das im zweiten trade gehen wir auf angepasst und wollen dann ein bisschen mehr mitnehmen das bedeutet aber auf der anderen seite auch etwas größeres risiko von einer aufschaukelung denn wenn wir etwas mitnehmen wollen kann das natürlich sein dass der markt dann das nicht so möchte wie wir es wollen und wir dann in eine seitwärtsphase reinrutschen könnten das immer noch mal vorweg gesagt 13 9 18 die blaue linie wir nähern uns jetzt 15 minuten der markteröffnung dann kommt da noch mal vielleicht impulse rein wir sind eigentlich schon ganz gut hier nach unten gelaufen der break out 55 punkte heute vormittag das ist eigentlich gar nicht so schlecht so also sieben minuten noch bis zum markteröffnung wir sind im zweiten trade die blaue gestrichelte linie kennzeichnet jetzt unser vorläufiges gewinn ziel an wenn der markt jetzt nach oben laufen sollte gehen wir noch mal auf die dritte runde das ganze können wir zehnmal machen und wir hoffen natürlich dass der markt von hier aus entweder noch mal zurückläuft zum daily pivo oder dass wir noch ein stückchen weiter nach unten laufen bis jetzt macht der markt 1 wie sehr häufig fühlt sich bei der big number eigentlich recht wohl christoph sitzt auch schon auf seinem platz ist er schon länger da und braucht noch zwei minuten sagt er kein problem engolf guten morgen helge guten morgen so ganz kurz wir sind im dritten trade also ja haben der blue box auch noch und verschieben den dritten trade ich mache einmal ganz kurz christoph also ich habe jetzt mal auf die 42 43 gesetzt normalerweise ist die 50er marke ja unser ziel denn dort wir haben aber ein kleines gap hier auch noch mal vom freitag richtung daily pivo mal gucken ob er dort nach oben startet oder nach unten also wir sind im dritten trade alles entspannt mein puls ist zumindest ganz ruhig ja mal schauen ob der markt sich jetzt hier in die eine oder andere richtung entscheidet noch sind wir direkt bei der big number und übergebe jetzt ganz schnell das wort noch mal an den christoph zur vorbereitung der doppelbox das heißt mal wieder durchkommen oder ob wir so oft anhandeln für mich jetzt auszusteigen landeanflug haben wir eine unterstützung landeanflug und raus tagesziel erreicht meine damen und herren mit dem vierten trade und wir sind vola box auch draußen vierter trade auf angepasst gedrückt und ich verabschiede mich jetzt bei den youtube lern ja das war unser eröffnung straight mit 0,1 prozent es ist 9 uhr 2 besser kann ein montag nicht beginnen das heißt wir haben jetzt unser gewinnziel tagesziel erreicht wir drücken hier noch mal auf die vola box und sage den youtube lern bis morgen und wir machen im live trading raum weiter tagesziel 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 tagesziel